Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Hemmli von Coop ist im Dessin und im Schnitt modisch immer aktuell. Denn bei Coop besorgen besondere Fachleute den Einkauf. Ein sportlich elegantes Modell ist das hier. Die beiden typischen Achselpatten und die zwei praktischen verschlüssbaren Brusttaschen geben ihm den unverwechselbaren Pilotenlook. Das Pilotenmodell ist aus 100% Baumwolle in verschiedenen Unifarben und in der Grössen 37-43 erhältlich. Oder das Modell aus Baumwolle-Polyester mit einer Brusttasche gibt es bei Coop in verschiedenen Fantasie-Dessins. Exklusiv in einem Coop-Warenhaus und in einem ganz grossen Coop-Supercenter gibt es jetzt auch topmodische Herrenjacken wie der lange Clay Fairy Anorak mit vier Taschen. Der Clay Fairy Anorak ist leicht wattiert und auf beiden Seiten zu tragen. Man kann also abwechseln zwischen Grau-Blau oder Blau-Grau. und zwischen Beige Bordeaux oder Bordeaux-Beige. Ganz sportlich kleidet der Clay Fairy Club Lember. Es gibt dann in den Farbkombinationen Bordeaux-Ecrus und Marine-Ecrus. Sie sehen, auch für modische Herrenbekleidung lohnt es sich bei Coop einzukaufen. Achtet Sie auf diese Plakate an den Coop-Schaufenstern. Und jetzt nach der passenden Kleidung, die ja sehr wichtig ist, kommen wir zur wohnlichen Atmosphäre. Coop hat da ein sehr interessantes Angebot, nämlich die formschönen Kerzen und zwar in diesem preisgünstigen Multipack. Profitieren Sie jetzt also von diesem einmaligen Kerzenangebot bei Coop. Sie arbeiten ja damit, viel warme, gemütliche Atmosphären für wenig Geld. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen stimmungsvollen Abend. Ja, wer weiss, vielleicht bei Kerzenlicht. Das Kerzensortiment, das wir Ihnen gerade gezeigt haben, gibt es jetzt bei Coop für nur 4,50 bis 4,90 Euro. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Früher trockneten Kaffee Moca Gold im Nachfüllbeutel an 100 Gramm für 4,30 Euro. Und koffeinfrei für 4,80 Euro. Zwei Pack Napoli Spaghetti für 1,90 Euro. Ein 200 Gramm Salzitz Grisoni für 2,80 Euro. Ein Doppelbecher Tamtam Flan, Chocolat, Vanille oder Caramel für 75 Euro. Eine Topfpflanze Erika Grazilis für 93 Euro. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 1 Liter Glorina Sonnenblumenöl statt 5,35 Euro. Nur 4,75 Euro. 340 Gramm Tiroler Cake statt 3,50 Euro. Nur 2,90 Euro. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch. 2,90 Euro. 3,50 Euro. 3,50 Euro. 5,50 Euro. Vielen Dank.